hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge uncharted 4 so das rätsel haben wir jetzt gelöst jetzt müssen wir glaube ich den ganzen weg wieder zurück also haben es zumindest gesagt ich denke auf uns werden einen haufen gegner warten aber das schaffen wir schon so finde ich den weg noch ob hier sind wir gekommen oder immer hier durch hier geht es dann raus glaube ich so wir müssen da hoch ist müssen wir ein haufen gegner da müssen wir durch nichts meinst du wir haben besuch der sturm hat die funkgeräte zerstört hier geht es gut Naaaaaah Maaan Wahrscheinlich keine Mumpel mehr, doch, meinen Acht Schuss habe ich ihn wieder. Was halten die denn aus? Das gibt es doch gar nicht. Mit der AK drauf schießen, dann müssen wir eigentlich sofort umfallen. Tschüss, macht den Bär! Ja genau, die drückt er genau hier rein. Nein, 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 nein! Ja, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Oh, Eger. Oh, Eger. So, wo sind jetzt denn noch welche? Ich sehe jetzt erstmal keinen. Aber ich höre sie schon wieder. Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Uff. Und hier müssen wir es fallen gelassen hier. Munition. Okay. Man wartet dann nämlich immer erst mit dir wieder mit. Aber die andere ist leer. Okay. Okay, bereit? Ja. Okay, los. Mach es das Ding schwer. Nicht alles. Wie geht's dir? Hm, toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. So. Ich glaube, wir sind bestimmt hier lang, oder? Okay. 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 die aussicht haben okay das ist eine kreuz das zweite kreuz in der letzten folge gesehen haben da ist der eingang da will avery und sie was avery will bekommt er auch genau des traps okay ich würde sagen wir müssen jetzt dahin hey sally wir sind auf dem weg aber der schatz ist näher an der kathedrale als gedacht und was soll ich machen bleib startbereit wir sind bald zurück mach ich hier ist ganz schön gerade du solltest die auszeit genießen niemand von uns will ok drei sind dann Immer schön Munition. Genau. So ist gut. Super. Okay. Mal komplett abstellen. Ja klar, wir sind in Schottland. Da muss es kalt sein. Okay, gibt es wieder Rutschpartie? Wir werden sterben. Okay. Wir sind noch nicht fertig. Ich folg dir schon. Geh doch mal weg da, Mensch. Wir müssen hier hoch. Okay, da rein, glaube ich. Oh! 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 Nein! Alter! Das sieht doch nicht mehr stabil aus. Wo kommt der denn jetzt da hoch? Boah ey, ist ja eine Kletterpartie hier. Ich fühle meine Hände nicht mehr. Ich glaube in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ach, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Jetzt komm, helf dir hoch. Ich helf dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest. Boah, krass gemacht, ey. Ich wäre zu Hause. Sehr krass gemacht. Eißen Kakao? Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon? Ganz genau. Schau, wir wollen mal hier mal sehen. Oder vielleicht hier, weil da wir sind. Hier, glaube ich, ist ein Weg. Oh, wieder. Ich glaube, wir müssen hier runter. Okay. Oh, Alter. Ne, wir sagen, mit der Pistole geht es wirklich besser. Oh, scheiße. Das mit der scheiß Akave, die verzieht ohne Ende. Wenn wir jetzt auf die AK wechseln, weil ich fast keine Munition mehr habe. Was ist denn hier jetzt hingesprungen? Was ist denn das für ein Ding? Hier ist, glaube ich, eher schlecht. Nichts. Nichts. Mal. Mal. gripst. okay gut wir sind sicher nicht was das mit den idioten auf jeden fall munition mitnimmt nachkommen doch wieder die mehr schuss drin ein bisschen besser oh die ist gut die ist gut wo muss ich denn jetzt hier hin aha ok ich muss da runter oder da geht es ja nicht weiter also muss ich da runter hier scheint ein tunnel zu sein war ich hier schon ich habe keinen plan aber hier schon war ich gehe ein bisschen rüber und dann hochkommt hier war ich schon hier war ich schon äh äh Ich finde da einen Weg zur Höhle. Ach, da rein. Sieht man auch gar nicht. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du, kein Problem. Ja, endlich mal. Okay, Leute. Wie es dann jetzt aber hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.